Guten Tag, ich habe das Geek-Life in Lützeburg an der Sinten. Ich bin Ewan Daniel von Inkid Geeks. Und ich würde dich freuen, dass ich Eken Geeks gemacht habe. Die machen ja den Free Comic Day auf Halloween. Und wenn du nicht gedacht hast, dann? Ja, ich bin schon seit 2011. Und seit 2012 haben wir den Free Comic Book Day, den Halloween Comic Book Fest gemacht. Und mittlerweile seit diesem Jahr den gratis Comic Book Tag. Und kommen viele Leute eigentlich bei euch? Ja, am Anfang war es ein bisschen mehr Klang. Nur als Fan gemeint, es geht immer mehr groß, von Jahr zu Jahr. Da kann man immer mehr Leute hier nachschwätzeln. Es sind noch mehr Comics, die man verdienen, die gratis sind. Also das Jahr sind wir bei einem Rekord von 1.281 Hefter. Wow, okay. Und seid ihr froh, dass die Leute kommen? Also ich möchte jetzt Spaß, dass so viele Leute kommen? Ja, das ist wirklich stark. Ja, das ist natürlich ein Rahmenberuf. Im Rahmenberuf, ja. Natürlich sind immer interessante Leute, Absolventen, die verklebt sind und so weiter. Das ist einfach nicht mehr cool. Okay. Würde ich eigentlich so viele Leute erwarten, das Jahr? Äh, erwarten? Ich stelle immer keine Erwartungen. Da werde ich noch nie enttäuscht mit, dass es wirklich was für Leute da sind. Also sind da wirklich viel gekommen, das kann ja auch mit dem Zombie-Work, den organisiert, und das von der Lux-Karten ziemlich cool ist. Und macht ihr das noch nächstes Jahr? Weil alles so gut bleibt für das, machen wir auch nächstes Jahr, natürlich, ich weiß nicht, an die nächsten 20 Jahre. Ja. So lange wie wir mal sind. Vielen Dank für das Interview. Danke. Ich wünsche nicht viel Glück. Wie hättest du denn Free Comic Book Day? Bist lukevoll eigentlich? Das war ziemlich gut, weil ich war auch schon ein paar Mal hier. Und die Leute, die es schaffen, die es noch ziemlich schlecht, wenn ich nachher gehe, eben mit den Comics, die ich lesen kann, gratis, und das gefällt mir. Ja, das war wirklich mega. Also, ich konnte Comics lesen und alles, und die Leute halt mega freundlich. Und es war wirklich eine gute Idee, dass du hierhin gekommen bist, auch wenn ich gerade für Halloween und alles. Ja. Merci. Und bis zum Schluss Geeks Live Lützebüch. Geeks Live Lützebüch. Geeks Live Lützebüch